Gerade mal zarte 17 und schon so brillant auf der Geige, das ist Farida Rustamova. Die Ausnahmegeigerin wurde in Moskau geboren, wuchs in Aserbaidschan auf und stand schon mit sieben Jahren zum ersten Mal auf der Bühne. 2007 tourte sie mit dem Jugendsinfonieorchester Baku durch Europa und spielte unter anderem in Straßburg, Paris und Brüssel. Vor zwei Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Dieses Jahr wurde sie in die Yehudi Menuhil-Förderung von Live Music Now Oberrhein aufgenommen. Himmlische Geigenklänge von Farida Rustamova auf der Plaza Culinaria. Freiburger Messe TV Freiburger Messe TV Immer aktuell informiert